Ja, kommen wir zum Thema Rechtschreibprüfung und Grammatik. Ich habe jetzt hier mal einen Satz. Es wird Zeit für eine Mittagspause. Herr Ehmig, warten schon auf MIG. Hier sieht das so aus, dass hier bestimmte Unterkringelungen im Text dann stattfinden. Wir haben eine rote, eine grüne und eine blaue Unterkringelung. Und was hier auffällt, also das muss hier WIRT heißen, wenn die Wörter richtig geschrieben sind, aber jetzt nicht im Kontext richtig sind, dann kann es sein, dass die gar nicht als Fehler auftauchen. Also ich korrigiere es einfach mal. Es wird Zeit. Zeit muss man hier groß schreiben. Und jetzt steht hier für ein Mittagspause. Man sieht hier, die Rechtschreibprüfung, die greift hier nicht sofort. Erst wenn man das Wort verlässt oder die Zeile verlässt oder den Satz verlässt, dann wird hier nochmal geprüft. Und dann sieht man hier, jetzt ist es grün unterkringelt. Hier fehlt noch ein E. Ja, bei Herr Ehmig, den schreibt man halt mal so. Das ist nicht falsch, aber ich kann dem Programm sagen, er soll das zum Wörterbuch hinzufügen. Und dann wird dieser Name immer als richtig erkannt, sofern man hier so schreibt, wie er hier steht. So, warten schon auf mich. Hier kann ich auch draufklicken, rechte Maustaste und dann wird hier mich vorgeschlagen. So kann ich das also auch machen oder ich hätte das H einfach so ergänzt und schon muss man klein schreiben. Also hier wieder das S ändern und dann jetzt weiß Word, aha, schon klein geschrieben. Jetzt wird hier wieder das im Kontext gesehen. Jetzt kommt also die Grammatikprüfung und hier muss es heißen, wartet schon auf mich.